Hallo Leute und wir machen weiter mit meinem Let's Play to PsyOps, denn wir sind SG und in diesem Spiel sind wir Nick Squire. Na lauf, lauf Nick. Nick, ja. Gute Sache, yeah. Was gibt's hier Schönes? Ah ha, ok. Weiter geht's. You're approaching the data vault agent, Scryer. You need to find a way to infiltrate it and find out what the general has planned for the monolith. Ok. 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 Was ist denn hier? Warum ist jetzt hier das Geschütz angegangen? Warum ist es hier das? Na komm Junge, steh auf und gib mir deine, dein Hirn, BAM! Okay, das soll wohl so ablaufen, dass wir beide Anlagen gleichzeitig bedienen müssen. So, mal gucken, ob wir das hinkommen, da steht nämlich schon einer bereit. Was ist denn, ob ich den von hier anwesiert komme? Ja, schöne Sache. So. So. BAM! Yes! Können wir jetzt gleich... Na? Na? Schöne Sache. Was haben wir hier so? Nichts besonderes. Ah ja. Okay, weiter geht's. So Leute, wir sind wieder da und wir haben erfahren, der General will... Also wir haben hier einige Bilder aus dem zweiten Weltkrieg und so, also aus dem Weltkriegen gesehen. Äh... Und ja... Ähm... Der General versucht, so wie es ausschaut, die Welt zu erobern mit Hilfe seiner Psi-Soldaten. Das find ich doch... schon mal nice, Junge. Ah, schade. Aber... Das nehm ich doch gleich mal. Gehen wir mal weiter. Ja Leute, neue Fähigkeit, yeah! Pyrokinesis, nice! B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B. Let's get started Nick! Pyrokinesis is the ability to use your mind to create fire, I'll refer to it as PK from now on. Target the objects in front of you and press the pyrokinesis button. You're just warming up, Nick. Cool! Okay. Geh jetzt mal ein Stück weg. Cool, nice! Das, da gehen wir noch gerne ins Nessilbitz. Okay. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die sich wirklich zu so einer Sache freiwillig erklären. Der ist nämlich gleich tot. Und zwar so. Aber coole Idee mit so einer Kettenreaktion. Na? Okay, weiter. Hallo? Geht doch! Geht doch, Leute! Geht doch! Alter Hitler! Aha! Was wollt ihr denn von mir? Was wollt ihr denn von mir? Was wollt ihr denn von mir? Aha! Das wollt ihr von mir! Okay. Zur nächsten Sektion. Das ist nicht mehr notwendig, um den Job zu machen. Gute Glück! Okay. Stopp rock'n'roll! Ja, rock'n'roll! Da sagte er. Ich... Ich hab mal ne Frage an euch. Mögt ihr Feuer? Nein! Raucht ihr denn? Denn ich kann euch Feuer geben. Haha! He doesn't like that! Er chill! Ouch! That'll come in handy, next time you go camping. Hmmm... Marshmallows! Ey, coole Frisur, Junge! So... Agent Skryer! Get a keycard from one of the guards to take the elevator to the floor below. Make your way to the fusion building, but be careful! Weilu will try and stop you! Okay... Schau mal durch... Scheint frei zu sein. Scheint frei zu sein... Au! Pagadash fire! Hur 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 hur! Hit, Ich versuche das zu sein! Nein, Leute, ihr mögt es doch heiß. Ich kenne euch doch. What the hell? Ah, bam! Woher geht's los? Ah, woher geht's, splashing, splashing. Ah! Okay. Was scheint da hinten wohl? Ah, Fahrstuhl. Ja, ich muss bestimmt hier hin. Ja, genau. So, weiter geht's. Also mit den Fähigkeiten. Ich glaub mir war so, als wenn eine noch kommen müsste. Aber ich bin mir echt nicht sicher. Okay. Ja, Atrium passt hier. Oh, Steinkugel. Und wir gehen mal am besten in die Deckung. Hier. Und wir speichern mal am besten. Was haben wir denn hier? 7.05 Uhr. Gehen wir mal so. Wo ist davon mal eine? Gehen wir mal so. Gehen wir mal an. Du krass mich nicht. Gehen wir mal an. Der sollte sicher sein. Nein, 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 nein. Wie der geflogen ist, ey. Unbeliebable. Na? Steh auf. Steh auf. Wach auf. Und geh wieder schlafen. So. Was haben wir hier? Tür ist zwar zu, aber ich guck trotzdem mal rein. Hier ist zu. Ah! Da hinten seh ich nicht wirklich was. Ah! 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 Dann geh ich mal durch. Okay. Was ist das denn? Ich geh mal hier am besten. Ja, okay, Leute. Ähm. Ich werd jetzt hier erst mal, ähm. Den Part beenden. Hab ne schöne neue Fähigkeit gewonnen. Gefällt mir. Wir sehen uns. Ich bin SG. Und nächstes Mal geht's weiter mit Psyops. Wir sehen uns.